Mit dieser Methode kannst du gewöhnliche Differenzialgleichungen erster Ordnung lösen, die außerdem linear und homogen sein müssen. Dieser Typ der DGL hat die Form y' plus k mal y gleich 0. Hierbei muss der Koeffizient k nicht unbedingt konstant sein, sondern kann auch von x abhängen. Beachte außerdem, dass vor der ersten Ableitung y' der Koeffizient gleich 1 sein muss. Wenn das bei dir nicht der Fall ist, dann musst du einfach die ganze Gleichung durch den Koeffizienten teilen, der vor y' steht. Dann hast du die passende Form. Bei dieser Lösungsmethode werden y und x als zwei Variablen aufgefasst und voneinander getrennt, indem y auf die eine Seite und x auf die andere Seite der Gleichung gebracht wird. Hierzu eignet sich die Leibniz-Notation am besten. Bringe ky auf die rechte Seite. Multipliziere die Gleichung mit dx und dann teile die Gleichung durch y. Auf diese Weise hast du auf der linken Seite nur y-Abhängigkeit stehen und auf der rechten Seite nur die x-Abhängigkeit. Jetzt kannst du auf der linken Seite über y integrieren und auf der rechten Seite über x. Die Integration von 1 durch y ergibt den natürlichen Logarithmus von y. Das solltest du am besten auswendig wissen, weil du so einem Integral oft begegnen wirst. Vergiss auch nicht die Integrationskonstante. Nennen wir sie zum Beispiel a. Jetzt musst du nur noch nach der gesuchten Funktion y umstellen. Benutze dazu auf beiden Seiten die Exponentialfunktion. Die Summe im Exponentialterm auf der linken Seite kannst du in ein Produkt aufspalten, wobei y hoch ln von y einfach y ist. Bringe nur noch die Konstante e hoch a auf die rechte Seite und benenne sie in eine neue Konstante c um. Wie wir Konstanten nennen, bleibt uns überlassen. Als Ergebnis bekommst du eine allgemeine Lösungsformel, die du immer benutzen kannst, um homogene Differenzialgleichungen erster Ordnung zu lösen. Du musst natürlich die Trennung der Variablen nicht immer wieder anwenden, sondern kannst direkt die Lösungsformel benutzen, wenn das dir erlaubt ist. Schauen wir uns beispielsweise die Differenzialgleichung für das Zerfallsgesetz an. Die gesuchte Funktion y ist in diesem Fall die Anzahl noch nicht zerfallener Atomkerne n und die Variable x entspricht in diesem Fall der Zeit t. Und der Koeffizient k ist in diesem Fall die Zerfallskonstante Lambda. Es sind lediglich nur andere Buchstaben. Der Typ der Differenzialgleichung ist derselbe. Nach der Lösungsformel musst du den Koeffizienten, also die Zerfallskonstante, über t integrieren. Eine Konstante zu integrieren ergibt einfach nur t. Und schon hast du die allgemeine Lösung für das Zerfallsgesetz. Damit kennst du jetzt nur das qualitative Verhalten, nämlich dass Atomkerne exponentiell zerfallen. Du kannst aber noch nicht konkret sagen, wie viele Kerne nach so und so viel Zeit schon zerfallen sind. Das liegt daran, dass du die Konstante c noch nicht kennst. Sie gibt schließlich beim Zerfallsgesetz die Anzahl der Atomkerne an, die am Anfang da waren. Du brauchst also eine Anfangsbedingung als zusätzliche Information zur Differenzialgleichung. Sie könnte beispielsweise so lauten. n von 0 ist gleich 1000. Das heißt, zum Zeitpunkt t gleich 0 gab es 1000 noch nicht zerfallene Atomkerne. Setzen wir diese Anfangsbedingung in unsere allgemeine Lösung ein. e hoch 0 ist 1, also muss c gleich 1000 sein. Unsere konkrete Lösung lautet also n ist gleich 1000 mal e hoch minus lambda t. Und jetzt kannst du beliebige Zeit einsetzen und herausfinden, wie viele noch nicht zerfallene Atomkerne da sind. Und jetzt kannst du das mal sehen. Und jetzt kannst du das mal sehen.